Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Und wir sind Specter Shepard. Uns gehört die Normandy. Und die Reise kann jetzt richtig beginnen. Und dazu sprechen wir erstmal Joker. Commander, etwa noch eine Frage? Äh, Stottsbericht des Schiffs. Wie macht sich die Normandy? Ist sie so gut wie alle sagten? Sie ist das beste Schiff der Flotte. Aber sie braucht einen Piloten, der sie auch beherrscht. Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit der Trimmung. Man muss sich erst einmal an den riesigen Antriebskern im Heck des Schiffes gewöhnen. Ist manchmal nicht so einfach, diese Kräfte zu handeln. Ein gewöhnlicher Allianzpilot würde wohl echte Probleme mit dem Schiff bekommen, Commander. Aber zum Glück bin ich ja kein gewöhnlicher Pilot. Wollte nur mit Ihnen reden. Ich möchte über meine Crew Bescheid wissen. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich weiß schon, worum es geht. Sie haben sich über mich informiert, nicht wahr? Ich werde Ihnen das gleiche erzählen wie dem Käpt'n. Sie wollen mich als Piloten. Ich bin nicht gut. Ich bin auch nicht großartig. Sondern der beste verdammte Kampfpilot der Allianzflotte. Ah, sehr zählbar. Warum war ich wohl der Beste an der Flugakademie? Weil ich es mir erarbeitet habe. Woher kommen wohl die ganzen Belobigungen in meiner Akte? Weil ich sie mir alle verdient habe. Ich habe sie nicht erhalten, weil ich an dieser Krankheit leide. Ich wollte sie nicht beleidigen. Tut mir leid, Joker. Ich wusste gar nicht, dass sie krank sind. Das heißt, sie wussten gar nicht... Ach, scheiße. Okay. Ich habe das Frohlich-Syndrom. Glasknochen. Die Knochen in meinen Beinen sind nicht voll entwickelt. Im Grunde sind sie hohl. Wenn sie zu sehr belastet werden, brechen sie. Selbst mit den Krücken und Beinschienen kommt man nur mühsam voran. Ein falscher Schritt und Knack. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, Commander. Geben sie mir die Normandy und ich lasse sie tanzen. Bitten sie mich nur, nicht aufzustehen und zu tanzen. Es sei denn, sie stehen auf das Geräusch brechender Schienbeinknochen. Woher kommt der Spitzname? Warum nennen sie alle Joker? Weil es viel kürzer als Flight Lieutenant Jeff Moreau der Allianz ist. Und außerdem bringe ich so gerne kleine Kinder zum Lachen. Sie weichen meiner Frage aus. Also gut, ich habe mir den Namen nicht ausgesucht. Eine meiner Flugausbilderinnen hat mich damit aufgezogen, dass ich nie lächeln würde. Also hat sie mich Joker genannt. Und dabei ist es geblieben. Unglücklich gewesen? Warum haben sie denn nie gelächelt? Ich habe mich voll in die Flugausbildung reingehängt, Commander. Man kommt in dieser Welt nicht voran, wenn man grinsend wie ein Idiot durch die Gegend läuft. Am Ende des Jahres war ich der beste Pilot der Akademie. Sogar besser als die Ausbilder. Und alle wussten das. Das so kränklich wirkende Bürschchen mit den dünnen Beinchen hat es allen gezeigt. Dreimal dürfen sie raten, wer bei der Abschlussfeier am breitesten gegrinst hat. Äh, was für eine Krankheit wissen wir, persönliche Vergangenheit. Wie sind Sie zur Allianz gekommen? Wenn Sie die Geschichte von dem kranken Jungen, der sein Schicksal besiegt hat, hören wollen, muss ich Sie leider enttäuschen. Meine Mutter hat als Zivilberaterin in der Allianz gearbeitet. Ich wuchs quasi auf der Arcturus-Station auf. Zu dieser Zeit gründeten sie gerade die Flotten. Ich habe meine ganze Jugend auf den Schiffen der Allianz verbracht. Also war es kein Wunder, dass ich zur Akademie ging. Joa. Ich muss gehen. Bis dann. Okay. Ah, können wir hier mit allen reden? Ist nicht, nicht. Schade. Schade. Navigator Presley. Presse. Ich presse. E. Aber nichts passiert. So. Ist natürlich jetzt blöd. Warte, warte. Ey. Können wir irgendwo hin, wo wir hinwollen? Laufen, wenn wir nicht hinwollen? Mhm. Mhm. Oh, interessant. Was ist hier? Essenstisch. Okay, dann. Brauchen Sie was, Commander? Ich warte auf Input. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen, Commander. Wir haben sicher später noch Zeit für persönliche Gespräche. Taktische Einschätzung. Was denken Sie über die letzte Mission? Ich weiß nicht, was wir hätten besser machen können. Jedenfalls nicht, ohne früher nach Eden Prime zu kommen. Und wir waren schneller da, als jedes andere Allianzschiff es geschafft hätte. Hm. Auf Wiedersehen. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander. Sir. So. Stasis-Kapsel. Aha. Erinnert mich an Stargate-Universe oder Stargate-Universe. Das gab es ja auch schon mal, glaube ich, in Atlantis und West-G1. Äh, mein Medi-Gail muss ja nicht verstecken eigentlich. Stecken. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Keden. Wie gut kennen Sie den Lieutenant? Vor dieser Mission habe ich nie mit ihm zusammengearbeitet. Aber seine Akte ist sehr beeindruckend. Über ein Dutzend Auszeichnungen. Er ist allerdings ein wenig verschlossen. Das könnte auch an den Kopfschmerzen liegen. Er hat es nicht leicht als L2. L2? Wo ist da der Zusammenhang? Für die meisten biotischen Anwendungen werden jetzt L3-Implantate verwendet. Lieutenant Alenko bekam noch die alte L2-Konfiguration. Dabei kann es Komplikationen geben. Welche Komplikationen? Was für Komplikationen, meinen Sie? Schwere Mentalprobleme, Wahnsinn, unerträgliche Schmerzen. Es gibt eine lange Liste grauenvoller Nebenwirkungen. Kaidan hat Glück gehabt. Er leidet nur unter Migräten. Hm. Wie sind Sie an Bord eines Schiffes der Allianz geraten? Ich habe mich gleich nach dem Studium dafür eingetragen. Die Erde schien mir einfach zu langweilig. Und vielleicht zu sicher. Diese Kolonien hatten für mich immer etwas Exotisches. Ich wollte reisen und die Sterne sehen. Und den Soldaten mit ihren Wunden an Leib und Seele helfen. Allerdings ist das Militärleben nicht so romantisch, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber die Menschheit ist auf die Allianz angewiesen. Wenn wir über die Traverse hinaussiedeln wollen. Und die Allianz braucht immer fähige Ärzte. Also blieb ich und machte meinen Job. Joa. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Commander. Ich glaube wirklich, das hatten wir alle schon mal. Äh. Also doch keine Gespräche. Das ist vielleicht mit den Special Leuten, aber muss ich gar nicht überlegen. Äh, wohin? Wem geht's jetzt? Gauers. Wags. Seit wann haben wir hier so ein Fahrzeug? Danke, dass ich an Bord kommen durfte, Commander. Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit einem Specter besser ist, als das Leben bei der Zitadell-Sicherheit. Sie wussten es? Haben Sie schon mal mit einem Specter zusammengearbeitet? Nun, eigentlich nicht. Aber ich weiß, wie Sie sind. Specters machen ihre eigenen Regeln. Sie können die Dinge auf ihre eigene Weise regeln. Bei der Zitadell-Sicherheit ertrinkt man den Vorschriften. Diese verdammten Bürokraten sitzen einem immer im Nacken. So schlimm ist es denn auch wieder nicht. Die meisten Regeln gibt es aus einem guten Grund. Möglicherweise. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die Regeln sind nur da, um mich von meiner Arbeit abzuhalten. Wenn ich versuche, einen Verdächtigen zu verhaften, sollte es unwichtig sein, wie ich es tue, solange ich es überhaupt tue. Aber die Zitadell-Sicherheit will, dass es auf ihre Weise getan wird. Protokoll und Prozeduren stehen an erster Stelle. Und darum musste ich gehen. Das war ihr Grund? Sie gingen, weil Ihnen nicht gefiel, wie Sie die Dinge regeln. Es steckte mehr dahinter. Anfangs war es bei der Zitadell-Sicherheit gar nicht übel. Aber je höher mein Rang wurde, desto mehr schränkte man mich ein. Die Art, wie die Zitadell-Sicherheit mit Saren umging, war typisch. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich gehe nur ungern. Es ist eine schwere Entscheidung. Ich hoffe, Sie treffen die richtige Wahl. Es wäre traurig, wenn Sie sie später bereuen müssten. Tja, aus diesem Grund bin ich jetzt ja auch bei Ihnen. Dies ist meine Chance, von der Zitadell wegzukommen und zu sehen, wie es außerhalb der Zitadell-Sicherheit so läuft. Ich habe jedenfalls vor, das Beste aus der Situation zu machen. Und ohne die Zitadell-Sicherheit, die mir über die Schulter sieht. Nun, vielleicht kann ich die Sache zur Abwechslung mal auf meine Weise regeln. Und das hängt davon ab. Wenn das bedeutet, dass Sie Unschuldige in Gefahr bringen, lautet die Antwort, nein. Wir machen den Job richtig und nicht schnell. Verstanden? Ich wollte nicht... Verstehe, Commander. Okay, okay. Hier kann ich gucken. Okay, Rex. Schönes Schiff haben Sie schon. Was kann ich für Sie tun? Erzählen Sie mir von sich, Rex. Da gibt es nichts zu erzählen. Gehen Sie zur Quarianerin, wenn Sie Geschichten wollen. Jetzt zählen Sie sich nicht so hoch. Kroganer werden hunderte von Jahren alt. Sie können mir nicht weismachen, dass Sie nicht ein paar Abenteuer erlebt hätten. Also, es gab einmal eine Zeit, wo die Turianer fast unser gesamtes Volk ausgelöscht haben. Wundervolle Geschichte. Tut mir leid zu hören. Ich habe davon gehört. Das Gleiche haben Sie auch mit uns versucht. Das ist nicht das Gleiche. Nicht? Für mich klingt es aber wie das Gleiche. Dann wurden Ihre Leute auch durch eine genetische Mutation infiziert. Eine Infektion, die dafür sorgt, dass nur eines von tausend Babys die Geburt überlebt. Und auch Ihr Volk droht, dadurch auszusterben. Ja, gutes Argument. Stimmt, es ist nicht das Gleiche. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Aber vergleichen Sie nicht das Schicksal der Kroganer mit dem der Menschen. Heikles Thema. Ich wollte mich nur mit Ihnen unterhalten. Ich wollte Sie nicht verletzen. Ihre Ignoranz verletzt mich nicht, Shepard. Und die Kroganer habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Wir leiden zwar an dieser Infektion, aber nicht sie ist es, die uns tötet. Dann stirbt Ihr Volk wirklich aus. Zumindest geht es uns nicht gut. Wir sind zu weit verteilt. Niemand von uns ist daran interessiert, in unserem eigenen System zu bleiben. Und? Viele Völker haben hier zu Hause verlassen und sich weiterentwickelt. Ja, aber nur, wenn Sie neue Welten kolonialisieren. Wir sind keine Siedler. Wir sind Krieger. Wir wollen kämpfen. Also ziehen wir los. Wir lassen uns anheuern und die meisten von uns kehren nie zurück. Die Infektion. Was für eine Infektion ist das? Fragen Sie am besten die Salarianer. Sie haben uns das angetan. Ich weiß nur, dass sie die Fortpflanzung unmöglich macht. Tausende Babys sterben noch im Kindbett. Die meisten schaffen es nicht einmal bis dahin. Jeder Kroganer ist infiziert. Jeder verdammte Einzelne. Und niemand ist daran interessiert, ein Heilmittel zu finden. Was? Warum versuchen die Kroganer nicht ein Heilmittel zu finden? Wann haben Sie zum letzten Mal einen kroganischen Wissenschaftler gesehen? Wenn Sie einen Kroganer fragen, ob er ein Heilmittel finden oder für sein Volk kämpfen will, wird er immer dieselbe Antwort geben. Er wird kämpfen wollen. So sind wir Kroganer, Shepard. Ich kann nichts daran ändern. Niemand kann was. Na ja. Bis dann, Rex. Shepard. Boah. Achso, das sind die ganzen Ausrüstungen. Ashley. Commander. Äh, können wir reden? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Tut mir leid, Commander. Ich muss meine Pflichten sofort erledigen. Aber ich würde mich gern später mit Ihnen unterhalten. Gerne. Wie machen wir uns? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Ich wünschte, du wärst früher hergekommen. Nimm's nicht persönlich. Ich bin froh über die Rettung. Ich wünschte nur... Dass wir die Einheit gerettet hätten? Du wünschst, wir hätten auch den Rest deiner Einheit retten können. Jawohl, Sir. Wäre ich wachsamer gewesen, dann wären wir nicht in diesen Hinterhalt geraten. Das war nicht deine Schuld. Die Gates sind perfekt im Legen von Hinterhalten. Sie bewegen sich nicht. Sie geben kein Laut von sich. Sie atmen nicht mal. Sie haben leuchtende Köpfe. Ich werde dafür sorgen, dass es nie wieder geschieht. Wegtreten, Chief. Sir. Okay. Wen haben wir hier? Hey, nur Tali, ja. Adams? Man gefällt den Integritätsmonitor. Hey, Commander. Wissen Sie was? Diese Quarianerin, Tali. Sie kommt andauernd hier unten vorbei und fragt mich nach dem Schiffsantrieb. Ich werde ihr sagen, dass sie sie in Ruhe lassen soll. Was? Nein, sie ist wirklich außergewöhnlich. Ich wünschte, meine Leute wären nur halb so clever wie sie. Noch einen Monat an Bord und sie wird sich besser mit dem Antrieb auskennen als ich. Sie hat ein außerordentliches technisches Talent. Kann schon verstehen, warum Sie sie an Bord genommen haben. Ich hielt sie für eine echte Bereicherung der Crew. Sie haben wirklich ein Auge für Talente, Commander. Aber deswegen sind Sie wohl kaum heruntergekommen. Tarnsystem. Erzählen Sie mir etwas über das IES-Tarnsystem. Wie funktioniert das genau? Hier draußen im All kann man kein Schiff verbergen. Schiffe geben zu viel Hitze und Strahlung ab. Dadurch sind sie einfach mit Sensoren zu orten. Also muss man diese Energieabgabe eindämmen. Unser IES-Tarnsystem nimmt die vom Schiff abgegebene Energie auf und speist sie in schiffsinterne Speicher ein. So kann das Schiff nicht von Sensoren erfasst werden. Aber diese Speicher müssen von Zeit zu Zeit geleert werden. Nach ein paar Stunden im Tarnmodus überhitzen sie. Dann würden wir in unserer eigenen Hülle gekocht werden. Wir sind also unsichtbar. Und es gibt keinen Weg, unseren Standort zu ermitteln. Mit einem visuellen Scan kann man uns immer noch orten. Dazu müsste man nur aus dem Fenster schauen. Aber um uns sehen zu können, muss man schon sehr nah dran sein. Die meisten Schiffe setzen Scanner ein. Solange die Tarnsysteme funktionieren, können sie uns nicht orten. Außer wir gehen auf Überlichtgeschwindigkeit. Was passiert bei ULG? Warum funktioniert es nicht bei Überlichtgeschwindigkeit? Bei ULG produziert das Schiff eine viel höhere Strahlung, die von den Speichern nicht aufgenommen werden kann. Wenn wir im Tarnmodus zum Sprung ansetzen, geht das Schiff hoch wie eine Leuchtrakete. Die Sensoren können unser Schiff orten, wenn wir zu ULG wechseln oder von ULG runterdrosseln. Aber bei Missionen mit kurzer Reichweite ist das IES-Tarnsystem unschlagbar. Und wir sind die einzigen, die es haben. Erzählen Sie mir etwas über die Normandy. Sie ist das beste Schiff, auf dem ich je gedient habe. Vielleicht das schnellste Schiff, das je gebaut wurde. Und das einzige Schiff mit dem neuen Tantalus-Antriebskern. Was macht der so? Was ist so Besonderes an dem Tantalus-Antriebskern? Er ist von seinen Maßen her zweimal so groß wie die auf den anderen Schiffen. Das macht unser Schiff nicht nur schneller, sondern wir können auch länger bei Überlichtgeschwindigkeit fliegen, bevor wir den Beschleuniger austauschen müssen. Wo haben Sie noch gedient, Adams? Auf fast allen Schiffsklassen der Allianz. Von Schlachtschiffen über Frachter bis zu Fregatten wie der Normandy. Meine letzte Station war die Tokio. Nur ein Kreuzer, aber ein gutes Schiff. Nichts im Vergleich zu Normandy natürlich. Gute Arbeit. Weitermachen, Adams. Jawohl, Commander. Tommy! Das ist ein erstaunliches Schiff, Shepard. So einen Antriebskern habe ich noch nie gesehen. Kaum zu glauben, dass er in ein so kleines Schiff passt. Langsam verstehe ich, warum sie Menschen so erfolgreich sind. Ich hatte keine Ahnung, dass die Schiffe der Allianz so fortschrittlich sind. Spezielles Schiff. Die Normandy ist ein Prototyp, neueste Technologie. Noch vor einem Monat habe ich eine selbst gebastelte Kraftstoffleitung in ein schrottreifes Schleppschiff der Flottille eingebaut. Und jetzt bin ich an Bord eines der fortschrittlichsten Schiffe des Zitadellsektors. Ich möchte Ihnen nochmals danken, dass Sie mich an Bord genommen haben. Mit dem Aufenthalt auf einem Schiff wie diesem wird für mich ein Traum wahr. Interesse an Schiffen. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie ein solches Interesse an Schiffen haben. Das haben alle Quarianer. Die Migrantenflotte ist der Schlüssel zum Überleben für mein Volk. Schiffe sind unsere wertvollste Ressource. Aber über so ein Schiff verfügen wir nicht. Wir müssen uns mit ausgestoßenen und abgelegter Ausrüstung zufriedengeben. Wir versuchen sie einfach so lange wie möglich zu nutzen. Einige Schiffe unserer Flotte stammen noch aus der Zeit, als wir vor den Geht geflüchtet sind. Das war vor 300 Jahren. Das ist einfach unglaublich, dass einige Schiffe in ihrer Flotte 300 Jahre alt sind. Sie werden ununterbrochen repariert, modifiziert und neu ausgerüstet. Sie sind nicht gerade hübsch, aber sie machen ihren Job. Meistens jedenfalls. Wir haben versucht, unsere Flotille so unabhängig wie möglich zu gestalten. Wir bauen unsere eigene Nahrung an und fördern und verarbeiten unseren eigenen Kraftstoff. Aber einige Sachen können wir nicht selbst herstellen. Für Arbeiten zur Sicherung der Hüllen benötigen wir Rohstoffe, die wir nicht haben. Daher sind unsere Pilgerreisen auch so wichtig. Quarianer, erzählen Sie mir etwas von Ihrem Volk. Wir haben kein einfaches Leben. Die Ressourcen sind knapp. Deswegen müssen wir immer weiter reisen. Alles, was wir tun, muss auch dem Wohl der Migrantenflotte dienen. In der Flotille leben 17 Millionen Quarianer. Um zu überleben, müssen wir uns aufeinander verlassen können. In meinem Volk herrscht ein großer Zusammenhalt. Leider mussten wir viele Freiheiten und zivilisatorische Selbstverständlichkeiten aufgeben, die andere Völker für sich als selbstverständlich erachten. Zum Beispiel? Was für Freiheiten? Es ist zum Beispiel per Gesetz verboten, dass Eltern mehr als ein Kind haben. Wenn unsere Bevölkerung zu stark wächst, würde das unsere Ressourcen überfordern. Andererseits können wir auch nicht zulassen, dass unser Volk zu klein wird. Wenn unsere Bevölkerungszahlen zu sehr schwinden, wird das Ein-Kind-Gesetz zeitweilig aufgehoben. Wenn unsere Bevölkerungszahl dramatisch fällt, werden die Leute sogar ermutigt, möglichst viele Kinder zu bekommen. Aber eine solche Weisung hat das Konzil schon seit fast 100 Jahren nicht mehr ausgegeben. Das Konzil? Nennen Sie so Ihre Regierung? Das Konzil ist der Zivilbereich unserer Regierung. Jedes Schiff kann einen Repräsentanten wählen, der im Konzil an Entscheidungen mitwirkt, die die ganze Flotte betreffen. Bei Angelegenheiten, die nur ein einzelnes Schiff betreffen, hat natürlich der Käpt'n das letzte Wort. Diese Tradition geht zurück auf die Zeit, als die Flotte noch unter Kriegsrecht stand. Glücklicherweise sind unsere Käpt'ns heutzutage umsichtig genug, ihre Crew Konzil-Repräsentanten wählen zu lassen, die sie beraten. Dann liegt die Macht bei den offiziell gewählten Repräsentanten. Zumindest wird es so gehandhabt. Das Konzil und die jeweiligen Repräsentanten der Schiffe legen die Regeln fest, die unser allertägliches Leben bestimmen. Aber theoretisch herrscht immer noch das Kriegsrecht. Die fünf höchstrangigen Militäroffiziellen stellen den Admiralitätsrat. Diese fünf Personen haben in Notfällen die Autorität, alle Entscheidungen des Konzils zu überstimmen. Dafür muss die Admiralität zu einer einstimmigen Entscheidung kommen. Und sie können eine solche Entscheidung nur einmal treffen. Danach müssen die Mitglieder des Admiralitätsrates zurücktreten. Eine Verfahrensschutzmaßnahme, die sich bewährt hat. In fast drei Jahrhunderten hat der Admiralitätsrat nur viermal die Entscheidungen des Konzils überstimmt. Die Gate? Ich möchte mehr über die Gate erzählen, als sie ohnehin schon wissen. Es ist fast 300 Jahre her, dass sie mein Volk ins Exil getrieben haben. Ich kenne nur die Geschichte ihrer Herkunft. Was sie waren, als wir sie erschufen und wie sie sich gegen uns gewendet haben. Interessant. Die Gate wurden ursprünglich als automatisierte Arbeitshelfer erschaffen. Zu Beginn war ihre Intelligenz auf die üblichen VI-Fähigkeiten begrenzt. Mit der Zeit haben wir einige Modifikationen an ihnen vorgenommen, damit sie andere und komplexere Tätigkeiten ausführen konnten. Damit erreichten sie zunehmend den Status echter KI-Programme. Illegale KI-Forschung? Warum hat der Rat nicht eingegriffen und sie aufgehalten? Es war keine KI-Forschung im eigentlichen Sinn. Wir haben am Rande der Forschungsgesetze gearbeitet, aber nie dagegen verstoßen. Die Modifikationen waren so geringfügig, dass wir sie unter Kontrolle hatten. Dachten wir zumindest. Aber wir hatten die Konsequenzen des neuralen Netzwerkes unterschätzt. Eine Million gleichzeitig denkender Gate schuf eine inhärente, instabile Matrix. Nicht so gut. Die Gate unterhalten ein Intelligenznetzwerk? Viele der Logiksysteme der Gate waren darauf ausgelegt, mit anderen Gate in der Nähe zu kooperieren. Das heißt, je größer eine Gruppe war, desto intelligenter war sie. Wie ein Bienenstaat. Dann stellen sie zusammen ein Gemeinschaftswesen dar? Nein, das ist so nicht richtig. Sie können keine einzelnen Daten oder Informationen austauschen, die sie wahrnehmen. Auf so viele gleichzeitige Eingaben ist ihre Programmierung nicht ausgelegt. Jeder Gate ist auf seine eigene Wahrnehmung und Identität beschränkt. Das neurale Netzwerk können sie nur für bestimmte Prozesse nutzen. Man könnte es die künstliche Entsprechung eines Unterbewusstseins nennen. Wenn sie in unmittelbarer Umgebung auf andere Gate treffen, können sie aber bestimmte niedere Prozessfunktionen koordinieren und mehr Kapazitäten für eigene oder individuelle Gedanken schaffen. Das verstehe ich nicht. Das ergibt für mich keinen Sinn. Wahrscheinlich ist es auch schwieriger, als ich es erklären kann. Die Gate sind herausragend fortschrittliche und komplexe Wesen. Für sie ist nur interessant, dass sie umso klüger werden, je mehr sie sind. Je mehr wir von ihnen bauten, desto ausgeprägter und abstrakter wurde ihre tatsächliche Intelligenz. Eines Tages fragte ein Gate seinen quarianischen Aufseher nach der Natur seiner eigenen Existenz. Lebe ich? Warum bin ich hier? Wie lautet meine Berufung? Wie sie sich vorstellen können, löste das eine Panik in meinem Volk aus. Warum? Was soll an diesen Fragen so verkehrt sein? Die Gate wurden geschaffen, um eintönige oder gefährliche Arbeiten zu erledigen. Maschinen können mit solchen Arbeiten betraut werden. Aber denkende Wesen werden sich damit nicht lange abgeben wollen. Die Gate zeigten Zeichen rudimentären Selbstverständnisses und unabhängiger Gedanken. Als intelligente Wesen hätten wir die Gate als Arbeitssklaven missbraucht. Es war abzusehen, dass diese neuen, bewusstseinsfähigen Gate sich gegen ihre Situation auflehnen würden. Wir wussten, dass sie einen Aufstand gegen uns starten würden. Also haben wir zuerst reagiert. Es wurde eine allgemeine Order an alle quarianisch kontrollierten Systeme geschickt, alle Gate permanent zu deaktivieren. Die Gate haben sich gegen diese Order gewaltsam aufgelehnt. Aber sie haben sich ja verteidigt. Man kann ihnen nicht verübeln, dass sie um ihr Überleben gekämpft haben. Wir hatten keine Wahl. Die Gate waren kurz davor zu rebellieren. Durch schnelles Eingreifen hätten wir den Krieg beenden können, bevor er überhaupt begonnen hätte. Wir hatten gehofft, dass die meisten Gate noch immer nur wenig intelligenter als Maschinen waren und keinen Widerstand organisieren konnten. Aber sie hatten sich viel weiterentwickelt, als wir es angenommen hatten. Es gab einen langen, blutigen Krieg. Sie haben viele Millionen Quarianer umgebracht. Am Ende wurden wir gezwungen, mit unserer Flotte zu fliehen und die Heimatwelt zu verlassen. Wir hatten zunächst befürchtet, dass die Gate uns verfolgen würden. Aber sie haben den Nebel nie verlassen. Und jetzt treiben wir als Exilanten durch das Weltall und suchen nach einem Weg, uns das zurückzuholen, was wir verloren haben. Sie haben sich verteidigt. Ich kann kaum Mitleid mit ihnen haben. Ihre Vorfahren haben versucht, eine andere Spezies auszulöschen. Unser Fehler war, die Gate überhaupt zu erschaffen. Aber es war kein Fehler, gegen sie in den Krieg zu ziehen. Ohne Gegenwehr hätten sie uns ausgelöscht. Sie sind eine künstliche Lebensform. Sie haben keine Verwendung für organische Wesen. Nicht die geringste. Welche Erklärung haben sie dafür, dass sie sich vom Rest der Galaxie abschotten? Welche Erklärung haben sie dafür, dass sie alle organischen Lebensformen getötet haben, mit denen sie je in Kontakt getreten sind? Tut mir leid. Ich wollte sie nicht verletzen. Tut mir leid. Ich habe etwas heftig reagiert. Die meisten Quarianer haben eine eher unerbittliche Meinung über die Gate. Die Pilgerreise? Ich möchte mehr über ihre Pilgerreise erfüllen. Wenn wir erwachsen werden, verlassen wir unsere Geburtsschiffe und müssen uns eine neue Crew suchen. Damit sichern wir die genetische Vielfalt innerhalb der Flotte. Aber die Schiffe nehmen niemanden, der ihnen nur zur Last fallen würde. Deswegen gehen wir auf Pilgerreise, um unseren Wert zu beweisen. Wir gehen allein und lassen die Flottille und die Familien zurück. Wir kehren nur zurück, wenn wir etwas Wertvolles gefunden haben, das wir zur Flotte zurückbringen können. Diesen Fund übergeben wir dann dem Käpt'n des Schiffes, auf dem wir heimisch werden möchten. Wenn das Geschenk angenommen wird, werden wir Mitglied der Crew. Kann ein Käpt'n ein solches Geschenk auch ablehnen? Das kommt nicht sehr oft vor. Die meisten Käpt'ns sind darauf bedacht, ihre Crew und damit auch ihr eigenes Ansehen in der Gesellschaft zu vergrößern. Normalerweise würde ein Käpt'n auch ein weniger wertvolles Geschenk annehmen, als Teil der Tradition. Aber wer ein Geschenk unter Wert mitbringt, genießt einen schlechten Ruf. Das ist keine besonders kluge Methode, Eindruck auf seine neue Crew zu machen. Die meisten Pilger kehren nicht zurück, bis sie etwas Wertvolles gefunden haben. Ich möchte über etwas anderes sprechen. Zum Beispiel... Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Ja, und wir machen eine Cut. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.